Diesen Trainingsanzug, Socken in Sandalen, die Bauchtasche und vor allem dieses Grinsen kennen auf Social Media viele, auch auf der Straße. Äh, nee, ist mir nicht bekannt. Okay, nee, kenn ich nicht. Sollte ich den kennen? Äh, nein, keine Ahnung, Leute. Aber ich bin aus England, vielleicht ist das der Grund. Er auch, er kann, was kennt. Ah? Ein erster guter Tipp. Keine Ahnung. Nein. Noch nie gesehen? Nein. Äh, hab ich heute erst auf Insta gesehen. Der hat, äh, wie hat er gesagt? Altglas fortgebracht bei Kaufland. Da hab ich gedacht, ha, der ist doch in Krallzeit beim Kaufland. Genau. Liam Carpenter, ursprünglich aus England. Auf Social Media spielt er mit Humor deutsche Klischees nach. Ruhestörung, Müll drinnen oder eben Altglas entsorgen. Oh no, it's Sunday. No one's here. Maybe if I just do it really quietly. Nach Deutschland ist er eigentlich für seine Basketball-Karriere gekommen. Jetzt ist er Social Media Star. Aber wie kam's dazu? What's that, mate? Auf einmal hatte ich diese Idee, mit einem deutschen Klischee zu machen. Und das erste Video war super, 100.000 Aufrufe. Und dann hab ich einfach weitergemacht. Dieser Adrenalin-Gefühl war da von dieser Community, diese Reaktion. Und ich hab einfach weitergemacht. Und die Community wächst. Mehrere Millionen folgen ihm mittlerweile online und sind Fans vom ziemlich trockenen Deutschen und dem etwas naiven Briten. Die Ideen kommen Liam im Alltag. Also die beste Inspiration, ich mache etwas im Alltag. Was ich hier, okay, da gibt's einen deutlichen Unterschied zwischen England und Deutschland, vielleicht beim Einkaufen. Also hier in Deutschland geht's ein bisschen schneller an der Kasse aus in England. Also das ist ein perfektes Beispiel. Man muss einfach es erleben. Und dann kommt die richtige Idee. Und die umzusetzen braucht ganz schön viel Zeit. Planen, Skripten, Drehen und Schneiden. Liam macht alles alleine, zumindest fast. Manchmal muss seine Frau Valerie dann doch helfen. Grundsätzlich fragt er natürlich ganz viel, was einfach die deutsche Sprache angeht. Weil Liam ja immer wichtig ist, dass er keine Fehler macht für die, die ein bisschen Deutsch gerade nebenbei lernen, dass die sich nicht was Falsches abschauen. Viel sicher Aussprache, Rechtschreibung, Grammatik. Und ganz oft, gerade wenn es um Sprichwörter geht, sagt man das wirklich so, sagt man das anders, ist das bekannt. Wenn sich so viel um deutsche Gewohnheiten dreht, färben die dann eigentlich auch ab? Voll, total. Also Liam ist natürlich trotzdem noch sehr englisch, aber Liam ist schon gut auch eingedeutscht, würde ich sagen. Liam hat auf jeden Fall einen Abfallkalender gut im Blick jedes Mal und achtet natürlich so auf Stoßlüften. Ich glaube, das kommt viel auch durch den Content, weil er sich an sich so viel damit beschäftigt. Dazu gehört natürlich auch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, oder? In Germany, if you don't say... The weather's bloody awful. We say... We say... We say... We say... We say... We say... Social Media ist kurzlebig, das weiß Liam. Deswegen will er irgendwann auch längere Projekte angehen. Bis dahin genießt er aber seinen Job als Content Creator. Also ich schätze auf jeden Fall meine Familie, wie oft ich mit meiner Frau Zeit verbringen könnte. Jetzt bin ich daheim sehr oft. Das ist meine Priorität in meinem Leben. First, erst die Familie und dann die Arbeit, ja. Perfekt, wenn man dann auch noch Millionen zum Lachen bringt. Sogar die trockenen Deutschen. Ich doe mich. Ich nehme meine Partners.